Hude, Benni Freilinger hier vom Lagerverkauf Freilinger in Gießen, Mittwochabend, wunderbare Angebote, es sind wieder vegane Sachen reingekommen, wir haben die ganzen Aufnittpäckchen hier in 5 verschiedenen Sorten, von Rügenwalder statt 1,99, jedes Päckchen 69 Cent. Veganes Mühlenwett, Matt Fein, 59 Cent. Schinkenspicker Salat, 59 Cent. Dann haben wir Mühlenschnitzel, Mühlen Nuggets und die Mühlen Krispies, anstatt fast 3 Batstich 89, 1,29 Euro. Weiter geht's, zum Glück wieder eine große Menge eingetroffen, Nutella Ice, 3,99 bei uns, tiefgefroren. Es gibt verschiedene Fertiggerichte, Asia Fertiggerichte hier aus der Kühlung, 1,79 Euro, die sind ebenfalls vegan. Kombi Käse von Kerrwahn, Angebot 2,29. Dann geht's weiter mit den Käsekreinern von Müller, nochmals gekommen, 300 Gramm, statt 2,99 Euro, 1,49 Euro. Halber Preis, die sind optimal, wunderbar, sehr lecker. Dölling Holsteiner Bauernmettwurst, 500 Gramm am Stück, machen wir 3,99 Euro. Es gibt Sucuk, 1 Kilo, die Woche 4,99 Euro. Pecorino Käse in der Riesentüte hier, 29 Cent. Bockwurst, 1200 Gramm, kurze Haltbarkeit, deswegen weg damit, 3,33 Euro. Gut für dich, Leberwurst, 250 Gramm, das Stück, 99 Cent. Salami Chips, ready to snack, sind auch sehr gut, Chorizo Style, 1,99 Euro, kosten die. Es gibt Big Red Salami, pikant, 160 Gramm, 4 große Stangen, 1,49 Euro. Wunderbarer Pfefferkäse in Scheiben aus Österreich, statt 2,99 Euro, 1 Euro. Leerdamer Käse, verschiedene Sorten, 99 Cent. Käse im Glas, gewürfelt, optimal für Salat, verschiedene Sorten, 99 Cent. Almette Frischkäse hier auch, 4 verschiedene Sorten, machen wir ebenfalls, 99 Cent. Bavaria Blue Bergater, 150 Gramm, 99 Cent, ist ein guter Preis, genau. Weiter geht's, was haben wir noch, Kühlware, nix. Dann haben wir Bertolli Pesto Genovese, 99 Cent. Popcorn im Eimer, verschiedene Sorten, American Bakery, 1 Euro, nicht immer 99 Cent. Fertiggerichte von Knorr im Becher, 79 Cent. Softcake von Oreos, Bondcake heißen die, mit Schokolade außenrum, 3,99. Leckere Dr. Oetker Schokokuchen, 4 Stück für 1 Euro, also 4 kleine für 1 Euro. Wassereis, 1 Euro nur. Hier gibt's spanische Kuchen, sehr lecker, für 99 Cent. Dann haben wir Pop-Tarts, 1,99. Fertas Original Karamellbytes, die Woche, 1,69. M&M's Peanut, 220 Gramm, Hammerpreis, 1,29. Knoppers Hoodies, für 2,49. Endlich wieder da, Merci Black & White, die beliebte Edition, für 2,99. Und After 8, 400 Gramm, 2,99. Das gibt's die Woche bei uns im Lagerverkauf Freidinger in Gießen. Marburger Straße 127, wir sind da Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr. Natürlich ist das nicht alles. Jeden Tag kommt sehr viel Neues an Kühlware, Tiefkühlware, Getränke. Alles, was ihr euch wünschen könnt. Deswegen, gerne, kommt vorbei und schaut auch in unseren Online-Shop lebensmittel-sonderposten.de jeden Tag neue Artikel. Jetzt erstmal viel Spaß beim Shoppen. Macht's gut, euer Benni.